willkommen zurück zu uns mit werden master weiter geht's was für die ohren habt ihr wieder was getan ich habe den nächsten drachen schmerz fast komplett fällig den sparten noch einer das und das ihr seht ja auch schon hier die ersten vier reinkarnationen wird ja natürlich jetzt immer länger bis ich so einbekommen eine spitzung gucken ob ich da nicht mehr eine höher machen kann hier schon mal hilfreich das war das rache 14 drach habe ich soweit jetzt durch bis auf ein das auch schon mal fertig mit das fähigkeit habe ich nichts mehr das jetzt mal noch die beiden die mecker bei nix oder benutzen 61 b ok dort kommen wir manchmal ruhen aus hier sind größer und ist ja auf max ja hier habe ich auch für die ich habe ich noch nicht ganz fertig die klommen wird noch ein bisschen da sind noch ein paar 1 2 3 4 9 und die ja gut das heißt wenn ich euch heute wieder machen kann dann bin ich ja eine klone wohnen wie hier dass die bänden dreimal machen aber er da hat die faktor nicht bei 850 was das immer nix nicht wieder was aber mehr flechtige stiegen 1 60 und sollten also wieder höher gegangen da konnte er sehen wo es als münster auf 60 genau dann müssen wir schon länger auf 1 50 aber wo ich will auf 60 gegangen jetzt 8000 jetzt auch mal mehr so schwarzen drachen der hier da bin ich jetzt nämlich fast fällig besagt ein dauert nicht nicht allzu lange dann geht es ein ja 2040 naja egal schlacht sind bei 1981 ich habe ich zwar schon mal geschafft aber komme ich nicht wirklich voran deswegen machen wir 61 aber beim nächsten großen boss man kann man nicht noch nicht aber jetzt wohl in der nächsten woche ist wohl schaffen ich mal von aus er fliegen sie meine drachen da fliegen sie dahin ja noch gucken wohin uns noch uns mal drücken machst du so weiter führten ja sonst ist es beim alten also geht voran dieser schwarzen dach haben wir auch fast fertig noch einer sind vielleicht ein oder zwei durchgehen dann habe ich die kohle zusammen also nicht das problem nach dem nächsten brach wieder sparen wollen einfach so war ich weiß nicht ich kann mir nicht merken sie viele drachen haben so wirklich spielern laufen ja die natürlich gerne an dann mal sehen wie es weiter läuft und machen wir vielleicht noch weiter ich mache aufs grün weiter weil sie nicht wie viele stage 10.000 nicht gerne haben und alle drachen ist der nächsten bus kleine bus für alle zehn level stage ist als lebt wenn man möchte ebenen und auch sagen auch auch wenn es einer hat sich glaube ich kann mir zumindest ist denn vorgestern kann mir nicht wirklich bis 81 sieben siebzig sie waren ungefähr ende gewesen vor ein zwei tagen ich habe ja nicht immer drauf macht nur alles klar weg neue am neustarten fertig Ich weiß nicht. so 75 ja wieder ein fliegender drache sehr schön auch wir zusammen mit drei männer jedes bisschen hilft die hälfte schon was für nächste zusammen also ich war bei über den artefakten das ende ist nur ob der bis 70 gehen 80 oder 100 gehen keine ahnung aber egal nach und nach ich bin zuvor nachzuschauen bei wikipedia steht nicht ehrlich nicht mehr für überraschen ist besser wie weit kommen wir schaffen sie noch nur geschafft aber knapp knapp aber geschafft doch ein fiener drache noch etwas 78 wie auf einer 180 geschafft haben keine ahnung egal so die spiele ja doch noch ein paar durchgänger mehr dann habe ich den schwarzen auch fertig ja ich würde sagen das war's für heute dann sehen wir uns der nächsten folge von rückwärten master ein schönes